So, holen wir mal unser Batmobil. Oh, da ist es ja schon. Also Batmobil darf vielleicht noch ein bisschen mehr hier hinkommen. Batmobil, hallo, hier bin ich. Danke. So. Was brauchst du? Was hätte ich jetzt gerne? Ich hätte jetzt gerne... Darf ich jetzt mal hier meine Missionsauswahl? Danke. Gott, ich hätte gerne eine Drohne gefunden. Die Milizkräfte haben überall in der Stadt Sprengsätze verteilt. Zeit, sie zu finden. Okay, wo können sie wohl die Sprengsätze gepackt haben? Oh Gott. Die können ja überall sein. Äh... Die können ja überall sein. Die können ja überall sein. Ähm... Ah, shit. Tja, ich könnte jetzt wahllos nach Minen suchen. Oh, hi. Kann ich ja rein? Ich wette mit diesen Miliztypen werde ich fertig. Hallo? Hallo? Ähm... Ja. Wir können jetzt hier entweder den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Oder wir fahren mal rüber und suchen hier nach dem neuen Wachturm. Oder wir machen ganz was anderes. Oder keine Ahnung, was ist das hier eigentlich? Abrüstungskampagne. 66%. Rätsel. Hm. Ich würde ja gerne... Oh, warte, wo bin ich jetzt gerade... Hier ist noch ein Wachtturm auf Bleak Island? Ah, ne. Hier ist ein Wachtturm. Ähm... Wo bin ich jetzt da? Okay, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, hat er... Oh. Oh, hi. Das war jetzt aber... Ja, hi. Wie schwer bist du denn? Oh, nicht ganz so schwer, glaube ich, oder? Na ja, sieht schon ziemlich schwer aus. Okay. Das ist natürlich nett. Kann ich hier reinstellen. 48 Dröhnchen. Hinter uns! Du Schweinepriester. Aber... Direkter Treffer bei einer Reckner. So. 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 Drohnen-Hack. Darf ich nicht hacken? Hallo, ich nehme einen Hacken. Okay. Hacke, Hacke, Brande. So. Daneben, mein Freund. Oh. Wieso kommen jetzt alle von hinten? Ihr Schweinepriester. Ihr Schweinepriester. Hacke, wir haben eine Reckner zerstört. Hallo. Müsste jetzt alle von hinten kommen. Ich habe doch gesagt, tschüss. So, die ballern sich hier gegenseitig ab. Das ist auch gut. Komm, ich gebe mal eine Drohne, die ich hacken kann. Die... Oh, ja. Die Drohne ist ein bisschen zu. Hi. Ach, komm, wir gehen mal ein bisschen raus hier. Weil es noch viel mehr Spaß, wenn wir draußen sind. Redner offline. So. Oh, was hat sich da gerade materialisiert? Das sieht böse aus. Ich habe eine Rattler verloren. Aua. Aua. Wie kann ich das denn zerstören? Hallo, was ist das denn? Das scheiß Ding. Meine Güte. Badmann hat eine Drohne zerstört. Christoph ist auch zwei Mal getroffen. Und... Und... Bombs. Bombs. Aua. Bombs. Twin Rattler getroffen. Drohnenheck. Dornflankierung initiiert. Ähm... Badmann hat eine Rattler zerstört. Ähm... Aua. Aua. Oh, Schweinepiste. Komm her. Kaune getroffen. Sie ist noch aktiv. Diamond wird zerstört. Du scheiße. Du. Drohne getroffen. Drohnenheck. Drohnenheck. Keine Drohnenheck. Sie haben gerade eine Drohne verloren, Sergeant. Verdammt. Geschicke Verstärkung. Noch zehn. Neu. Der hat eine Twin Ratter abgeschossen. Hack. 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 Hack wie Hack. Hack wie Hack. Hack sagt sich. Hack das Ding. Hack das Ding. Das politische Ding. Oh, äh, sind das alle meine? Muss, hab ich noch eine, die ich anleifen kann? Hallo. Oh, hi. Hat eine Mamba-Drohne verloren. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Auf Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. ja mann geklacht niemanden es im in geiselhaft blieb allen jetzt habe ich das ich umgebracht kann ich nicht mehr verhören war nicht so schlau so was haben wir jetzt hier noch jetzt muss ich mal rüber nach mir gar nicht ein und nach faun das island die miliz kann diese stadt nicht in geiselhaft wo muss ich hin ich kann ja einfach über die brücke fahren das ist gut über die brücke nach sie werde ihre sprengsätze finden über die lande sie letzten zwei minen zwei wacht hört sich doch gut an aber er ist ja leicht als gedacht wie schwer ist besagte miene hier und nicht ganz so schwer ich glaube es ist das eine so eine semi bieten hoch hier könnte ich mich verstecken 36 36 36 drohnen 36 drohnen 36 drohnen 36 drohnen ich hacke diese drohnen ich hacke diese drohnen Ich hab' den Arsch mit Kühlschrank vom Arsch. Ein... Drohnen hack! Juhu! Hack it all! Ein Runde hack it all! Bums und Bums! Und Bums und Bums! Und Bums und Bums und Bums und Bums Ich hacke diese Drohnen! Ich bin ganz gern! Ich bin ganz gern! Ich bin ganz gern! Drohnen sind gehackt! Drohnen sind gehackt! Drohnen sind gehackt! Äh, hab ich noch mal ein Gegner? 16, genau 16 Gegner hat sich wieder! Aber! Eins, zwei, drei! Uppala! Aber! Bums und Bums! Aber Drohnen hack! Juhu! Ich hab' ne Drohne hack it all! Auch! Verdammt! Ich schicke Verstärkung! Was? Das ist immer noch wer Verschärkung ist! So, so! Juhu! So, noch fünf! Von denen eine, drei mir gehören! Oh, ist sie! Hä? Der Neid sagt mir, du hast keinen Mumm! Wer hat eine Tue-Sprengladung? Der Bombe liegt frei! Mit Hilfe der Windel kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen! Nanananane... Nananananananana... Nanan-anana! Nanananana-un-ana... N Saw! ...Die Miliz verl observeret langsam die Kontrolle über Gotham... ...aber nicht gegen KÖNENN! So, dann fehlt uns hier nur noch der Wachturm. Ich glaube, denen finde ich eh besser, wenn ich uns die Luftbelastbewegänge bin. So. Wo ist das Wachttümpchen? Ich fliege mal da rüber. Komm mal hoch. Okay. Habt ihr von diesem verrückten Prediger gehört? Ja, den habe ich umgebracht. Das sieht doch noch ein Wachtturm aus, oder? Das ist den da vorne. Da leuchtet es so schön rot weg. Da hinten auch. Okay, ich glaube. Ich glaube, ich habe es gefunden. Let's go. Einmal rüber. Der Pinguin ist in Haft, ihr Vögel. Ihr seid ja Witzknicke. Seid ihr nicht up to date? Ihr lebt so ein bisschen hinter dem Mond, habe ich das Gefühl. So, äh, jipp. Juhu. So, das sieht doch echt nach dem Wachtturm aus. Es ist mir egal, ob das Gas weg ist. Batman hat den Kampf noch nicht gewonnen. Ach, Quatsch. Batman ist doch schon gesta... Äh, ist doch schon hier und so. Der Batman schaffte das. Weil er der Batman ist. Der böse Batman. So. Hi. Was haben wir da? Lustige Person. Ich frage mich, wer wirklich hinter diesem Visier gesteckt hat. Denkst du, er kannte Batman? Ja, kannte er. Darf ich da mal hin langen Dorfie, dor mal hie? Dorfie, dor mal hin langen Dorfie, dor mal hie? Äh. Es ist also wahr. Er ist abgehauen. Der Arkham Knight ist fort. Jetzt unterstehen wir Scarecrow, oder was? Bis das geht alles, schätze ich mal. Denkst du, der neue Commander will die Macht übernehmen. Der Killer, niemals starbrettet allein. Oh, perfekt. Das ist ein schöner Standort. Jetzt muss ich nur mal fix die Drohne. Ist die Drohne da? Fuck daneben. Ist schon Jahre her, damit als Black Mask einer von Gothams Verbrecherbossen Batman umbringen lassen wollte. Black Mask? Sicher, dass es nicht der To-Kömer? So. Ist doch egal. Wie auch immer. Eins wieder ist hier. Da ist auch noch was hier. Okay. Sie haben Angst. Das ist immer gut. So, schauen wir mal. Was haben wir hier noch für Waffen, die wir austauschen? Aber die da. Einmal. Die da. Wir haben genug Leute. Wir müssen einfach weiter zu halten. Die da hinten. So. Ihn können wir jetzt eigentlich schon mal. Da kommt gerade keiner. Da können wir die eigentlich mal geräuschlos ausschalten. Oh. So. Hallo. Jetzt kommen sie angelatscht. Kommt nur einer? Ne. Zwei sind es. Okay. Ich habe abgewartet und immer gewusst, dass ich dich noch als Packen kriege. Und immer Sichtkontakt. Sie gehen weg. So. Oh. So. Ihn da unten haben wir noch. Ah, da kommt schon wieder einer angelauncht. Ist er tot? Sieht ziemlich tot aus, ok. Also bewusstlos, ja ich weiß. Batman tötet nicht. Batman schlägt nur bewusstlos. Kennen wir auch schon. So, jetzt müssen wir nur noch ihn hier mal gemütlich erledigen. Bums. Eine kleine Drohne. Drohne tot. Gut. Das war ja fast schwer zu einfach. Also jetzt so, wir haben einen Ausrüstungsstand, mit dem ich sehr zufrieden bin, da kann man das alles gut machen. Fremstata, ok. Was habe ich jetzt da gerade gesehen? Noch ein Milizmachtraum übrig Alfred. Zeit das hier zu beenden. Und das werden Sie auch, Master Bruce. Bestellen Sie mal die Größe. Ich habe doch gerade hier... Fast hatte ich dich, Batman. Damals auf dem Schiff. Jetzt entkommst du mir nicht. Jetzt habe ich doch gerade gesehen, dass da oben, dass hier drin ein Rittler Trophäe war. Oder habe ich das... War mir jetzt halus? Ich habe mir gerade irgendwo ein Rittler Trophäe gesehen. Oder war das auf der anderen Seite? Äh... Nein, Batman, nein. Darüber. Bin ich jetzt blöd? Also mal hin. Verfluchte Panikattacken. Verfluchtes Angstgas. Ja. Dabei habe ich kaum was abgekriegt. Habe ich richtig gesehen. Ok. Das haben wir auch. Und dann vielleicht haben wir ihn rüber. Ok. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ähm... Next. Das nächste... Haben wir hier. Die letzte... Das letzte Ding in Founders Island. Und die letzte Mine in Founders Island. Fein. Die Milizkräfte haben überall in der Stadt Sprengsätze verteilt. Zeit sie zu finden. Was? Äh... Äh... Whatever this is. Ne. Komm. Lassen wir das. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ähm... Ach, damit kann ich Strom auf... Das Ding setzen? Das war die Geschichte, die aber sehr lange dauert, wenn ich es richtig habe. Weil... Da nachher nochmal alle zusammen erledigt werden müssen. 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Ja. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Entschuldigung, zu langsam.